Dann wollen wir... Ah, ich nehme gleich mal hier die Abkürzung. Zack. Einen Moment, hier. Ich löse... Ich stampfen das Dilemma und rekrutiere hierfür. Und bring... Ah, okay. Hier irgendwo muss also noch... Irgendwo hier muss noch eine Art von... Warum ist noch eine Kiste? Da muss ich auch irgendwie hier hinten noch hin. Irgendwas muss ich hier noch für... Al Gore machen. Weiß gerade nur nicht, du was. Moment. Warte. Aha. Da sind noch zwei Chem-Pokemon. Poke-Pokemon, nicht Pokémon. Hm. Bin ich eigentlich reingekommen? Das ist ein Ausrufsgegenstand, den ich noch nicht gefunden habe. Der auch. Hm. Am elektrischen... Am elektrischen Transformator. Was ist denn hier ein Transformator? Okay. Ah, da oben. Ich glaube, da komme ich so noch gar nicht hin. Zumindest derzeit noch nicht. Okay, wieder zurück zu Tweak, oder sollte ich erst versuchen? Na. Erstmal zurück. Das war's. Dreiher rein. focusing ten zweiем. Wo gibt's heute? Hier! Hm, ja, das ist gut. Okay, Tweek, du kannst noch ein bisschen spielen. Aber geh nach Hause, bevor es dark ist, oder du wirst gefeiert. Gefeiert! Wie die frischen Gründe unserer allorganischen Tweek-Blende, mit Ingredients von lokalen Tweekern. Danke, Mann! Ich muss gehen, und dann bin ich auf dem Kingdom! Äh, vom Mühmeister-Vorrat... Ah, einen Moment, nee, zurück! Oh, Level 3 schon? Das bin ich aber noch gar nicht. Bin immer noch Level 2, oder nicht? Ja, Level 2. Die Best-Tagebuch! Ach du Scheiße, das möchte ich nicht weiterlesen, danke. Fähigkeiten, Vorteile... Maximale MP erhöhen... Okay, dann gehen wir mal weiter zu Token. Oh, Moment. Ist mir der Kindern hier? Kann ich für den Interagieren? Nein, gar nicht. Cheese... Steig! Creep! This movie's really sweet. Too bad you guys can't see it. Ah, da war noch ein... ...chen Pokémon. You're being rude! Rob Schneider was an animal. Woah! He 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 he! Oh no! Rob Schneider is... ...a stapler! And he's about to find out... ...that being a stapler... ...is harder than it looks. Rob Schneider is... ...the stapler! ...rated PG-13. Rated PG-13. This November, Adam Sandler shits in your eyes, ears and mouth. Is this not Damien? It's Adam Sandler in... ...rated ARC for Pirates. F*** you! Zumindest sieht das so aus wie Damien. Jim Carrey has a bunch of turns in his apartment. Is Jim Carrey in whatever you say... Hey, I'm watching this! F*** you! July 12th. Hm, der schaut sich dann nicht zu gehen. Rob Schneider is a somewhat popular comedic actor... ...who seemed to have it all. I am Damien, the End of Christ. The son of Satan. And I have never witnessed the thing as hideous and vile as the one you mortals call Rob Schneider. Who is this dog? Damien. Ehm, a moment. Aha! F*** you, asshole! F*** you, asshole! I can't! You scared? Unterhaltung, okay. Die, asshole! Ja! Ja! Hm! Hammer in the hole to go! Wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wo-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa! AAAAH! Oh, verdammt. No, no! Ugh no no! Ah, trotzdem genug Jodl! Oh, verdammt! Cher! Ow! Ach, komm. Ehhh! Mann, ich kann jetzt die TV sehen. Dann lauf mal zurück zu deinem Fernseher. Arschloch. Ich habe dein Back. Nein, nein, nein. Ach shit, das war zu früh. Und auch das war's. Ashes of Fire 2 in 3D. 3D macht alles besser, das muss man ja wissen. Ich meine, wem das noch nicht aufgefallen ist. Ja, 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 ja. Du musst dir immer sicherlich prüfen, dass du in diesem Film wirst. Und du kannst, weil du nicht ausreichend bist. Was zum Teufel ist ein Problem? Slow. So. Dark Meadows? Ach du Scheiße, die haben hier eine Security. Das ist eine Gated Community, Sir. Wir können nicht in den Riff Raff. Geh mal. Wenn du wieder probierst. Ich versuche dich wieder zu der Stone Age. Okay. Torzerstörer. Torzerstörer. Tür wird reingeln. Go. Ok. Wir müssen zu Jimbo's Laden. Moment. Kann ich... Was ist jetzt los? Oh Gott, das Bild ist schwarz. Nicht gut. Glück gehabt, da ist es wieder. Wo ist denn Jimbus-Laden? Wir sind jetzt gerade hier. Ah, und da ist Jimbus-Laden. Da ist auch Jesus. Angeblich. Dann gehe ich, glaube ich, noch mal runter und versuche hier die beiden Quests zu machen. Oh Mann, ich erinnere mich, dass ich gerade hier gebetet habe. Genau hier. Oh. Einmal gab es mir den schlimmsten Weg, Willi. Genau hier. Hm. Okay, da komme ich scheinbar noch nicht rein. Ach, schau mal an, wen wir da haben. Hab dich! Ich konnte nicht entscheiden, wo zu hide. Ja, da brauche ich, glaube ich, den Superfoods. Ah, Sitiwak. Ja, ja, ja. Oh. Oh. Verdammte Mongolen. Das gleiche mit denen. Hallo, willkommen zu Sitiwak. Take all the prayers. Die einzige, die wir heute Abend servieren, ist ein Mongolian-Beef. Mongolian-Beef ist so gut. Oh, ich habe es einfach. Oh, hallo, Mongolian! Shit! Mongolians are watching. They conquered me last week. Act natural. Oh, yeah, Mongolian beef. So tasty, right? Oh, so tasty. Oh. It's not tasty. Oh, it's gross! Don't eat it! You eat a Mongolian beef, you shit your pants for five days! All right, Mongolian! Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the tower of a piece next door. I'll keep the adults occupied here. You go top of tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. The Mongolians think this neighborhood is not a safe place. They move away. Go, go, beat up the little Mongolian kids. Oh, hi, Mongolian. Mongolian beef smell like a rhino Ritchie's hat. Hey, yeah, das muss ich jetzt hier nun wirklich beide. The girls have a secret base, but I've never seen it. Ah, die Mädchen haben also eine geheime Basis irgendwo. Hm. Wer bist du? Hey, no fighting in here! Hey, no fighting in here! Okay. Jimbo's Guns. Oh, wen haben wir denn da? Ja. 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 Wo kommen wir denn dahinter? Who? What? Oh, hey. Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen hart in die Bar this morning. Danke für mich aufwachen, Kind. Willst du Facebook? Klasse. Jetzt haben wir ihn geweckt. Ja. Was soll's. Ja. Ja, jetzt machen wir mal. Okay, ja. Okay. Sollen wir das mal machen? Machen wir. Okay, dann mal ab, runter. Oh ja, die sehen echt böse aus. Wow. Die haben aber ziemlich hart zerlegt. Ah, level 3. Oh ja, die sind so schlecht. Oh ja, die sind so schlecht. Fühl meine wachsische Führung! Du musst da sein! Denkst du, wir waren zu hart auf sie? Was ist hier unten noch etwas interessantes? Aufwertung! Dann wollen wir doch gleich mal schauen! Fähigkeiten! Jujitsu! Verstärken! Habe ich schon Vorteile? Nein! Nächster Bonuspunkt in 5 Freunden! Oh, hier wir wieder! Oh, hier wir wieder! Oh, Zweigwurzel! Aha! Hä? Fühl meine wachsische Führung! Ok. Ah! Da 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 da! Gegenstände! Macht rank! Watters! Und gleich noch einmal. Ich weiß, Valence hat nichts zu lösen, aber ich mag es. So, der schwierigste Kampf. So, Butters. Weißt du, was ist los? Ja, ne, ich kraft das mal ganz normal an. Das war aber nicht normal. Uiuiui. Ja, das waren die Ratten. Easy peasy. Schauen wir uns noch ein bisschen was. Irgendwie glaube ich, ich bin blind. Ein Moment, da ist er noch. Da drüben ist eine Kiste. Da will ich hin. Nein, ich will in die... Die Kiste... Die da. Hm. Aha. Metrosexuelle Ha... Und eine Bulli-Kaffee. Ist ja ansonsten noch irgendetwas? Sieht mir nicht danach aus. Okay. Auftrag erledigt. Was ist denn? Ah. Zwei neue Freundschafts-Nachfrage. Und ein Dart-File. Ah. Einen Moment. Was kommt mir denn? Der Dart-File ist doch eine schöne... Ah, Level 3. 38 mal 3. Uh. Oh. Wow. Okay. Weiter geht's. Waren wir mal in Jimbo's Waffenladen? Well, hello there Jimbo and Ned. Well, what brings you here today? Howdy there. Haven't seen you before. You must be the new kid that moved to town. Ah, exakt. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things you shoot that would delight any taxidermist, survivalist or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner. Hm. Ausrüstung. Da ist Maske. Kaufen. Okay. Das könnte ich denn hier noch... Irgendwie muss ich auch da oben... Ah. Das geht wahrscheinlich auch wieder... Irgendwie erst mit dem Ding da drüben. Mit dieser komischen Drohne oder Sonderriss, das auch immer sein soll. Ja, ansonsten ist hier, glaube ich, nicht viel. Geht weiter. Oh. Wieder ein harter Kampf vor uns. Hm. Jetzt bin ich gerade beim Überlegen. Oha. Ähm. Oh nein. Ah. Zwei sind erledigt. Und der hier blutet sogar. Ah, der hat einfach verrückt. Oh, der hat ein ziemlich fettes... Langschwert. Oh, der hat einfach verrückt. Oh, 35. Mal schauen. Jo. Heiliger Bonusschaden. Beste Sache überhaupt. Butters ist eigentlich ein ziemlich guter... Verbündeter bei der ganzen Sache hier. Okay. Nö. Hat auch nichts mehr. Egal. Okay. Wie kommen wir jetzt... Frau Zerstörer. Trage etwas... Ja. Die Gasmaske habe ich ja schon. Genau. Genau. Jetzt laufe ich einfach mal... Da komme ich ja nicht mehr weiter. Würde ich jetzt einfach sagen... Einmal laufe ich hier rüber zu dem Turm. Hab doch schon... Da geht etwas, was ich vor dem... Okay. Ja. Moment. Dann... Guck ich mal. Gasmaske Level 2. Anlegen. Zack. Du darfst mich ja... Schützen. Dann erobern wir hier mal den Turm. Ah, was haben wir da eben. Das ist gut. Oha. Schwach? Probieren. Ah, okay. Das heißt... Das heißt nicht, dass mein Angriff schwach ist, sondern... Dass sie schwach gegen den Angriff sind. Das heißt nicht, dass sie gewählt haben. Two battles! Bäh! Wah! Oh, boy! Wir won! Hey!